Modell des Sauropoden Jobaria im Maßstab 1 zu 72. Das Modell ist von David Krenz und die Bemalung von Vitaliklat. Beides ist sehr gelungen, wie ich finde. Schön detailliert, modelliert sowie auch koloriert. Auch diese kleinen Diorama-Pflänzchen sind sehr schön und runden das Gesamtbild sehr schön ab. Weitere Infos findest du bei uns im Shop. Einfach auf den Link klicken und hier nochmal wieder einen Größenvergleich mit Apfel.